Oh, Grace! Sky, die neue Heute mit Coldwater in der Mensa? Grace! Angeblich war ihre Mom eine Modedesignung. Und es heißt, sie sei gestorben bei einem Autounfall. Die ganze Familie. Das ist voll tragisch. Hi. Heiligisch. Was sie sagen möchte, ist sorry. Ja, ähm, ich bin wirklich super sorry. Ich wusste nicht, dass du da stehst. Schon gut. Äh, eine Frage. Wie gut kennst du Cole? Äh, noch nicht so gut. Ich bin erst hergezogen. Und er hat dir gesagt, du sollst dich zu ihm setzen? Er wollte nur nett sein. Okay, nein. Cole Walter will nie nur nett sein. Okay, das reicht. Ihr Klatschtanken, jetzt wird gearbeitet. Jackie, ich hab gesehen, du hast sehr gute Noten in Chemie. Vielleicht können die beiden hier ja noch was von dir lernen. Huh? Ähm, ehm. gewesen